Hallo und Willkommen zurück in EEP11. Joach, ich bin ein bisschen erkältet, eventuell hört man es, aber das soll uns jetzt gerade mal nicht stören. Wir haben hier die letzte Folge schön rumgebaut. Was ich jetzt als erstes machen wollte, ich habe mal was geschaut, ob das funktioniert. Ich glaube, es kommt bei Sonstiges dabei oder bei Ausstattung Sonstige. Jedenfalls irgendwo bei Sonstige kommen die, glaube ich, dazu. Im Fahrkartenautomaten. Naja, das ist aber nicht das, was ich suche. Ich habe nämlich mal wieder mit den ZZA-Anzeigern rumgebastelt. Ach hier, der Modellduplizierer, der funktioniert nämlich nicht so ganz. Ich frage mich nicht, warum von dem Tool. Ich muss gerade mal gucken, vielleicht kriege ich ihn sogar auf. Ich glaube, der heißt, ja, Easy Zugziel Edit. Ja, jetzt musste ich dem gerade von Windows die Freigabe geben. Spuckt er mir den Fehler aus. Das ist noch okay, wenn ich hier jetzt neue Anzeige erstelle. Ja, hier schön schön. Das macht er alles ohne Probleme. Kann ich jetzt auch speichern. Wenn ich fröhlich bin, will ich aber gar nicht. Und man kann hier ja so ein neues Modell erstellen. In EP11. Nehme ich mir jetzt die, will den kopieren. Und nenne den dann LP2. Ja. Und dann kommt der Fehler und es passiert nichts. Der Rest funktioniert alles einwandfrei. Also muss ich das manuell machen und die Modelldatei einfach kopieren. Aber das scheint auch zu funktionieren. Und soviel dazu. Was ist hier am Fahren? Ein Dampfzug. Mit einer BR-10. Würde ich jetzt auch gerne mal tauschen. Die BR-10 gefällt mir nämlich von der Qualität her nicht ganz so gut. Wir nehmen stattdessen Bahn, Normalspur, Lokomotiven, Schlepp-Tender-Loks, die BR-218 und 2.0 rot. Und wir nehmen dazu passend auch den Tender. Die ist nämlich qualitativ einfach besser. Die kannst du auch Fenster öffnen. Das ist aber... Mach mal auf. Das funktioniert auch. Hier ist auch das Lokpersonal drin. Das können wir jetzt hier im Bahnhof gleich mal gucken. Also ich finde, die Lok ist einfach schöner. In EEP umgesetzt. Hier steht auch Heizer und Lokführer drin. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wo der Fehler denn hier lag. Ich glaube, ich hatte den mal entdeckt, dass der in der Fahrstraße drin war. Hm. Ich weiß nicht, warum er den Halt auf Fahrt stellt. Hier gab es doch eigentlich Kontaktpunkte. Hm. Na ja. Ähm. Was gibt's noch? Ja. Eigentlich nichts Großartiges. Wir könnten mal weiter bauen. Und. Ja. Fangen wir mal mit einer neuen Straße an. Irgendwie einfach ein Stück dran. So. Ein Stück Straße Länge. Einfach mal noch 10 Meter dran. Wollen mal gucken, wie das aussieht. Ja, das geht auch. So fang am Stand her. Dann. Wobei, ich würde es gerne gegen eine 3. So. Gegen eine 3-Wege-Weiche. Und jetzt nehmen wir eine unsichtbare Straße. Kann man machen. Länge 5. Und dann hier minus 90. Hier seitlich dran kommt diese Straße. Und dann kommt diese Straße. stück dran ne eigentlich bin ich so ein stück jetzt dürfte dran sein 10 das soll er eigentlich nicht machen warum legt er hier so dämlichen kreis es liegt hier zwischen trotzdem stück na dann ist mir recht ich nehme mir das mal und guck vielleicht gut 5 und winkel falsch rum und 2 1 2 6 4 6 8 9 7 9 8 9 10 10 9 10 11 11 Der ist nicht angesnappt. So, auch jetzt ist er dran. Und das ist ja so schon ganz gut. Nehmen wir noch die neue Landstraße V7. Das snappt mal wieder nicht an. Das gibt's doch nicht. Warum snappt das Cutting nicht an? Weil die beiden sich untereinander verbunden haben. Dann nehme ich das Stückchen raus. Setzt jetzt wieder so. 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 Und. Guck mal, ob ich's jetzt wieder rein krieg. So. Und das einzige, was ich jetzt noch brauche, ist nicht möglich. Äh. So. Fast perfekt. Das ist jetzt natürlich kacke. So. Muss ich mal sehen, ob ich den Typ nicht austausche. so. 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 Es wird ja auch schon zusammen, das wird ja auch blöd. ja das geht doch müsste ich zwar den rand noch irgendwie mit einer linie oder ähnlichem umbauen aber im prinzip ist das so doch schon ganz okay ich baue jetzt erstmal die kopfsteinpflasterstraße in die richtung ein bisschen weiter setzt einfach mal 100 meter stücke dran wenn ich was abzweigen lassen will dann kann ich das ja dann machen die kommen auch mal weg denn ich baue jetzt hier vorne so einen kleinen bauernhof hin denn in ep 11 gibt es ja diese landwirtschafts dinge neu die kann man nämlich auch mal einbauen und zwar Immobilien würde ich mal bei Land vermuten das kann man denn mal bauen hier der eingang kann ich den aufmachen schade das geht nicht setzen wir hier das gerät dran hier so ein bisschen zerbinden hm 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 Hmm. Einfach mal ein bisschen gucken wie es aussieht. Na ja, ein paar Silos genommen, die sind hier so mit der Scheune verbunden und hier die Leitung, die gehen natürlich alle zusammen. Ja, so kann man das schon machen. Hier kommen noch ein paar Fahrsilos hin. Drei Stück, das sollte reichen. Und hier ist die Plane auf, nichts drin. Hier ist die Plane auf und ein bisschen was drin und da ist zu. Wasserhaus. Hm, bringt mich auf eine Idee so eine Wassermüde. Ich finde die aber nichts, wo man einen vernünftigen Bach einbauen könnte. Schade. So ein Gasthof, der kommt jetzt hier hin. Ich glaube der hat auch so eine schöne abgerundete Ecke. 90. Kann man hier dann nämlich so schön reinsetzen. Das Rathaus, das können wir auch verbauen, das kommt hier hinten irgendwo zum Kreisverkehr. Ich wäre ja fast für hier. So, ein Stück nach hinten. Ein paar Häuser könnten wir eigentlich auch schon sitzen. Hm, Feuerwehr war ja auch gar nicht so blöd. Ein Windrad, wie sieht das denn aus? Es geht. Bisschen wuchtig. So, Pylonen. Hm. Wir bauen mal ein Aldi. Gibt's doch immer. Der Aldi-Markt. So rum gefällt er mir am besten. Was wäre das? Minus 90 oder 270. Der kommt auch bis hier hinten hin. Und die Büros sind ein bisschen groß. Hm, das hier könnte man theoretisch als Feuerwehrhausen missbrauchen. Könnte man behaupten, das wären die roten Tore. Mal sehen. Die Post, die ist ein bisschen groß. So ein Landhandel. Ich sehe doch immer ein bisschen abseits. Der kommt hier hin. Das Sägewerk kommt dann Waldwemper einbauen. Ein AKW bauen wir jetzt nicht. Fabrik. Ein Kieswerk. Gießwerk komplett. Wir müssen ja fast einen Bach bauen hier. Gibt ja so viele schöne Sachen dafür. So ein Jägerzaun, den kann man doch auch verbauen. Schöne Objekte. Camping gibt es nichts. Garten. Dorfbrunn Wiesenthal. Mitten rein. Ne, der kommt vor das Rathaus. So und in den Kreisverkehr ein Fußballplatz. Den brauchen wir natürlich auch. Der kommt hier hin. Das Geflackere können wir auch runterbinden. Auf 0.01 hochheben. Dann hängt der hier, fällt das nicht auf, dass der wirklich so hart über dem Boden hängt. Das ist ja fast schon ein Stadion. Und es gibt auch ein Tor. So. 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 Wollen wir mal gucken, sitzt das halbwegs mittig. Das lässt sich ja hier so relativ einfach erkennen. Schnappen wir uns hier den. gehen. So, so sitzt es mittig und dann zurück auf die Linie. Ja, so geht das doch. Jetzt fülle die andere Seite nochmal dasselbe, wenn ich dran komme. nicht den ganzen Platz bitte. und passt. dann hat das Dörfchen hier auch einen Fußballplatz. Spielplatz. Spielplatz. muss ich noch einen Platz für finden. db-projekt. Ja, das ist alles sowas für eine Stadt, das wird hier aber nur so ein kleines Örtchen. EEP. EEP. Straßenschilder. Hier sind. Hier kommen die sind die auch dabei. Wusste gar nicht, dass das auch ein Schild ist. Also in die Kategorie Schild zählt. Dann sind hier auch von den Dingern die Uhren dabei. Was haben wir noch? Schotterhaufen. Hafenterminal. Kessel. Kesselwagen in Brand. Und Kesselanlage. Das ist ja eine Immobilie, den kann man ja mal überall hinsetzen. Zünden wir noch mal an. Naja. Da steht man hier auf dem Rangiergleis. Mal gucken, dass er hier von der Ausrichtung halbwegs drauf passt. So, und der muss dann, ja nicht der Mast. Das Ding hier muss dann natürlich noch auf 0.6. Ne, die Kleinen sind ja auf 0.3, so. Ja gut. Die Kesselanlage kann man daneben. So sitzt es daneben. Wie sieht denn von der das Feuer aus? Wenn wir Spaß dran haben, können wir was machen damit. Plumpsy. Miettoiletten, so. Die Masten sind groß. Könnte man eventuell auch einbauen. Das ist genau dasselbe Ding. Jo, bisschen dunklere Farbe. Telegraphen. So eine Trafischstation muss hier natürlich auch hin. Die kommt hier an den Bahnhof gegenüber. So. Wollen wir noch ein Buswahrerhaus. Ja, hier steht auch schon Hauptbahnhof drauf. Schönes Bündchen von einem Rhein-Main-Verkehrsverbund. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. So. Zum Rathaus kommt auch noch eins. Jetzt. Muss ich mal gucken ob ich eventuell nicht hier mal dran rumbauen kann. Dass man die Textur mal abändert. Also das Modell kopiert dann eine andere Textur drauf baut. Das wäre nämlich auch mal eine Idee. Weil dann könnten wir das vom rmv nehmen und wissen nicht das von defack. Dann wäre es nämlich einheitlich. einheitlich. Ach da war mir schon. Windmühle. Auch gar nicht so schlecht. Eine Kirche muss in den Ort. Das sind alles so groß. Ja Kölner Dom. Hier so ein Gerät ist das. Wo ist hier der Unterschied? Kommt mal hier vorne hin. So. Und ich gucke jetzt mal unter Straßenbahn. an. Na das wäre auch schon wieder übertrieben hier eine Straßenbahn zu legen. Was habe ich denn überhaupt an Rollmaterial für eine Schmalspurbahn? das wäre auch mal interessant. Hier habe ich eine Feldbahn. mit einem Mannschaftswagen. Wäre im Prinzip eine Idee, wenn man eine Mine oder so baut. hier gibt es gar nichts wie es aussieht. Auch so eine kleine Zahnradbahn. Dann blenden wir mal eine Schmalspur ein. Gibt es noch einen Mannschaftswagen besetzt? Ist ja jetzt wahnsinnig viel mehr. Ich hätte ja fast Lust auf eine Schmalspurbahn. Auch sehen die kleine Scheiße aus. Das sind noch die Einzigen die es gibt. Ich hätte ja fast Lust hier die so von außen hereinkommen zu lassen. So. Wie sieht denn das aus? Zweckmäßig. Setzen wir mal daraus. Das waren bei Rollmaterial die Feldbahn-Lock. Das waren bei Rollmaterial die Feldbahn-Lock. die Feldbahn-Lock die Feldbahn-Lock. Vielen Dank. Das muss jetzt hier noch irgendwie verbunden werden. So, und jetzt könnte man die schon im Kreis fahren lassen. Das weiß ich. 50. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die läuft. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die läuft. Ich kann mal aufmachen. Oh, die läuft auf 18 kmh. So dreht die hier dann fröhlich ihre Runden. Ach, jetzt kommt es sogar auf 19 kmh. Na ja, gute Idee. Ja, aber auch nicht so schön ist das dann jetzt auch nicht. Und tschüss. So, gut. Das soll für diese Folge aber auch reichen. Wir haben ein bisschen rumgeprobiert. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Eisenbahn X und Professional 11. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Tschüss.